Für 2021 wünsche ich der Wirtschaftsregion Wiesbaden, dass auch alle Kulturschaffenden wieder angstfrei und ungehindert ihren Berufen nachgehen können. In den letzten schwierigen Monaten habe ich etwas beobachtet, was mich hoffnungsvoll stimmt. Arbeit hat eine neue Wertschätzung erfahren. Arbeit ist nicht nur das, was eben gemacht werden muss. Arbeit wird auch wahrgenommen als ein wertvoller Bestandteil unseres Lebens, der uns Selbstbestätigung gibt und Zufriedenheit. Insofern ist diese Pandemie auch eine Prüfung für jeden Einzelnen von uns, eine Prüfung, die wir zusammen, da bin ich mir absolut sicher, mit Bravour bestehen werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute.